Floriana ist ein Ort auf Malta und schließt sich ähnlich einer Vorstadt südlich an die Hauptstadt Valletta an. Hintergrund Floriana ist als eigenständige Gemeinde der Inselhauptstadt Maltas vorgelagert, die Stadt gilt als Einfallsdorf für Valletta und zeichnet sich durch ihre zahlreichen Grünanlagen aus. Die Stadt zwischen dem Platz mit dem Tritonbrunnen und der Borte des USP blieb stets im Schatten der Hauptstadt mit ihren Repräsentationsbauten, erhielt sich aber stets ihre Eigenständigkeit. Geschichte nach dem Bau der Hauptstadt Valletta auf der Spitze der Halbinsel des Montes Kiberas zwischen dem Grand Harbour und dem Mars am Xet Harbour wurde unter Großmeister Antoine de Paule 1634 der Entscheid gefällt, südlich vor den Toren Vallettas eine weitere befestigte Stadt zu erbauen. Mit dem Bau wurde der italienische Festungsbaumeister Pietro Paolo Floriani beauftragt, das Zentrum der von Bastionen umgebenen Stadt bildet die Sankt Publius, Kirche, das südliche Ende markiert das 1721 errichtete Stadt-Opporte des USP. Mit Amtsantritt von Großmeister Antonio Manuel de Filhenna erhielt die Stadt die Bezeichnung Borgo Filhenna, die Einwohner blieben der Bezeichnung Florianer treu. Mit dem Flugzeug der liegt in Luar etwa acht Kilometer außerhalb des Großraums Valletta. Mit dem Bus die Buslinien X1, X6 verkehren als Expresslinien vom Flughafen in die wichtigsten Orte, die Linien X4, X5 verkehren bis ca. 23 Uhr nachts zum Busbahnhof am Tritonenbrunnen. Sämtliche Buslinien in welchen nach Valletta führen, enden nicht in der Hauptstadt sondern am Busbahnhof auf dem Stadtgebiet von Florianer, die Hauptstadt ist von hier aus in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. Auf der Website von Arriva gibt es einen einfachen Übersichtsplan, aber auch sämtliche Fahrpläne zum Download. Mit der Bahn der Bahnverkehr der Malta-Reelweg-Campany-LTD, die ab 1883 ab Valletta und Florianer bis Indiener verkehrte, wurden 1931 eingestellt. Die Bahnstationen in Valletta und Florianer waren in Tunnels gelegen. Auf der Straße einer Hauptstraßenverbindung, Triku-San-Gork-Preka größer als Triku-Nationali größer als Triku-Sant-Anna, verbindet Florianer und den Zugang nach Valletta mit der Hauptstraße 1, die den Nordwesten mit Itze-Circuva über Ilhamrum mit Birzeburger im Südosten verbindet. Eine zweite Straßenverbindung verbindet diese Straße ab der Porte des USP unter der Bezeichnung Triku-Marina vorbei am Mars am Xet-Harber mit Birkir-Kara-Resp-Slima. Mit dem Schiff die Katamaran-Fähren nach Pozzalo in Sizilien legen im Grand Harber an. Mobilität Die Sehenswürdigkeiten sind problemlos zu Fuß zu erreichen, mit dem Privatwagen sind die rechtwinkligen Straßen von Florianer recht herausfordernd und die Parkmöglichkeiten im Stadtbereich beschränkt. Sehenswürdigkeiten Der im neoklassisistischen Stil wurde von Vincent Arab geschaffen, drei Giganten tragen gemeinsam eine überdimensionale Schale. Am Tritonenbrunnen enden sämtliche Buslinien mit Endstation Valletta. Das Das mit der Statue Independentia des maltesischen Künstlers John Bonnicki wurde 1989 zum 25. Jahrestag der Unabhängigkeit Maltas errichtet. Die 400 Meter lange parkendliche Promenade wurde von Großmeister Laskaris 1656 erbaut. Ursprünglich diente das Gelände den Rittern zum Maglio, einem golfähnlichen Spiel, bei dem Holzball mit Schlägern auf ein Ziel zu befördert werden musste. Die umgebenden Mauern wurden 1942 entfernt, neun Skulpturen maltesischer Honoratioren schmücken die Promenade. Der markiert das Ende des von Großmeister Arlof de Vinyasot errichteten Aquädukts zur Wasserversorgung der Hauptstadt. Das Wappen des Großmeisters ist gut erhalten. Der Barocke mit dem Löwen als Wappentier von Großmeister Phil Henner, der heute noch das Wappen von Florianer ziert, wurde 1728 errichtet. Nachdem die Löwenfigur über die Kriegsjahre zum Schutz vor Beschiedigung entfernt worden war, wurde der Brunnen 1958 wieder errichtet. Das Wort 1938 zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs errichtet und trägt nun auch in Schriften zur Erinnerung an die Leiden des maltesischen Volks während der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg. Ganz in der Nähe liegt auch das RAF-Memorial zu Ehren der Gefallenen der britischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Eine Treppe führt hinab zum Passagierki am Grenthaber. Die Alspfarrkirche von Florianer trägt ihren Namen zu Ehren eines der ersten zum christlichen Glauben bekehrten Einwohners von Malta, des legendären ersten Bischofs von Malta und heutigen Schutzpatrons der Stadt Florianer. Der Grundstein wurde in Anwesenheit von Großmeister Phil Henner im Jahre 1733 gelegt, die Kirche wurde wie der Gold vergrößert und umgebaut und erhielt nach Bau der Türme Untergie. Borneki 1771 und der heutigen Fassade 1885 ihr heutiges Aussehen. Der nördlich angrenzende Platz, auch Ilfosos oder de Greneries genannt ist einer der größten freien Plätze im Großraum der Hauptstadt Maltas. Bereits zur Zeit des Ritterordens wurden hier und anderen Ortsin Valletta unterirdische Getreidespeicher angelegt, welche mit steinernen Kanaldeckeln abgedeckt sind. Letztmals mussten sie im Zweiten Weltkrieg ihre Aufgabe erfüllen. Auf dem Platz versammelten sich die Gläubigen aus Anlass des Ersten, 1990, Johannes Paul II., zweiten, 2001, Johannes Paul II., und dritten, 2010, Benedikt XVI., Papstbesuchs auf der Insel Malta, Kein Platz in Valletta hätte der Menschenmenge Platz geboten. Die ersetzte 1676 eine ältere Kapelle aus dem Jahre 1585, die Rotunde wurde von Lorenzo Gaffa erbaut und von Mattia Preti mit Gemälden geschmückt. Vom selben Künstler stammen auch die Gemälde in SD.Jonsko Kessitril in Valletta. Das ehemalige mit seinen unterirdischen Krypten wurde im 16.JDT erbaut und 1942 durch Aktivitäten Spaziergänge mit Stadtbesichtigung, vor allem mit den Ausblicken über die beiden Hafenbecken. Am Abend des Festes zu Ehren des Schutzpatrons SD.Publius findet ein gewaltiges Feuerwerk statt. Küche Bars, Restaurants und eines der Hardrock-Cafés von Malta finden sich im Bereich der renovierten Valletta Voterfrant, die eigentlich ja zu Floriana gehört. Nachtleben abends haben in der Stadt selbst nur wenige Bars geöffnet, das Nachtleben spielt sich eher in St. Julien's bei Slima ab. Gesundheit vor Ort das, ansonsten ist das Zentrale beim Sida Birkircara mit einer Notfallstation Anlaufstelle in medizinischen Notfällen. Das SD.Luke, Hospital im Nahen Pieta dient seit 2007 nicht mehr als Akutspital, das Karen-Grech-Hospital auf seinem Gelände dient als Rehabilitationsklinik. Ausflüge nach Valletta, geht's zu Fuß, Slima-Ausflug in die alte Insel Hauptstadt Indina.